Unions-Union Europäische ist eine fantastische Zusammenarbeit, wie ein Bukett von vielen Kwiaten. Ich denke, der größte Erfolg war das, was man nicht so richtig messen kann, nämlich die menschlichen Beziehungen, die sich entwickelt haben, die Kooperation zwischen Institutionen, zwischen Menschen. Unikativ ist Interreg. Und warum Unikativ? Wenn nicht dieser Zusammenarbeit nicht mehr, haben wir nicht die gesamten Zusammenarbeit, die waren sehr viele. Ich denke, wir müssen uns weitere Beziehungen stecken. Wir müssen nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern wir müssen mal überlegen, was braucht die Region, um zukunftsfähig zu werden. Ich denke, dass wir in der nächsten Perspektive müssen, diese feryferienischen Stücke-Aufsagen zu machen, einfachen Beziehungen zu entwickeln. Und in der EO-Union Europäische ist. Es ist sehr schön, dass es so schön ist, 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 dass es so sehr viele Menschen gibt, sehr viele Freunde, sehr viele Freunde von Czech, von Niemczech, das ist sehr wichtig. Sie sind sehr gut, ich glaube, dass es so schön ist. Es ist perfekt, wir haben uns sehr viel Angst, dass es so schön ist. Ich selbst habe eine polnische Freundin. Ich liebe mich sehr und freue mich die Gastfreundschaft von Polen und auch die Herzlichkeit der tschechischen Nachbarn. Und ich finde, dass wir noch lernen können, von diesem Humor und Herzlichkeit. Wir sind hier zwischen drei Ländern. Wir leben hier in Niemczech, aber wir sind auch von verschiedenen Freunden in Polen. Wir fahren in den Czechen nach Restauranten. Wir leben in den drei Ländern ist toll. Wir sind Polen und Polen, mit Polen und mit den Binnen. Wir sind mit Polen und mit den Binnen und Binnen. Wir wissen, dass ich wenigstens ein bisschen wie ein Freundschaften, dass ich nicht in der Freiheit bin, dass ich keine historischen Bezug auf den Binnen und Stereotypen. Ich denke, dass ich mit allen anderen mit Binnen und Binnen und Binnen und Binnen. Ich habe keinen Problem, dass ich mich gerne mit neuen Menschen kennengelernt habe und ich mich gerne mit ihnen zu treffen. Wir haben praktisch viel zu tun mit Czech und Polakern. Die Kinder gehen zur Niemischen-Czesischen-Polskischen Schule. Wir haben uns die Zusammenarbeit sehr gut. Wir haben viele Niemischen, Polen, Czechos. Wir haben sehr viele Erfahrungen zwischen uns. Das ist super. Oh 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 ran ok Untertitelung des ZDF, 2020